Willkommen zurück zur Single Couch 2022 bei uns in Straubing. Bei mir sitzt der Stefan. Hallo Stefan. Grüße. Stefan, wie alt bist denn du? 25. Und woher kommst du? Von Mitterfeking. Von wo? Mitterfeking ist bei Saarländer Donau. Also ein bisschen weiter weg von da. Bist du ein Stückchen gefahren heute, gell? Schon, mit der Landjugend da. Und was machst du beruflich, Stefan? Ich bin Landwirt und Landwirt bin ich eigentlich auch. Und du suchst deine Traumfrau? Ja, so ungefähr, ja. Wie lange bist du denn? Schon Single? Nein, schon dabei. Wieso ist denn Saarländer Traumfrau? Hast du eine Vorstellung? Ja, am besten so wie ich. Wie bist du denn? Ja, die wollte ich auch gerne. Landwirtschaftlich, was sie dann nimmt. Also müssen Sie da schon ein bisschen mithelfen? Ja, das ist eine gute Sache. Was hast du denn für eine Landwirtschaft? Nein, wir haben Milchviehlhaltung da oben. Ja, und so darf ich mir jetzt Zeit noch nicht mehr herrichten. Und was machst du sonst gern, wenn du das nicht machst? Was soll ich sagen? Ja, ich treffe mich oft gern mit Späseln gefahren und das. Und da hättest du schon gern dabei tun, oder? Ja, schon. Also ich würde schon einmal mitnehmen. Und gibt es irgendwas, was du an einer Frau, also die ist ganz cool, aber das gefällt mir nicht so? Irgendein No-Go oder so? Nein, ich möchte so den Geschlechteren, aber wenn sie jetzt kein Pfiertel haben, dann wären wir recht. Vielleicht kriegen wir das ja hin, hoffentlich. Also rührt euch doch. Ich bin Stefan, ihr Lieben. Pfiat euch.